Sehr gut. Ein Schlüssel. Aber das ist bestimmt nicht der für die große Tür. So. Was ist das denn? Ein Behälter für Teile? Was ist das denn für ein Quatsch? Ein Alchemist-Bowl. Ich denke, ich kann es, um das Crystal zu schützen. Hä? Ich bin doch eigentlich im Esszimmer. Naja. Aktive Aufgaben. Flur und Esszimmer. Düstres Esszimmer und so weiter. Düsterer Flur. Aktive Aufgaben. Was gibt es denn hier für aktive Aufgaben? Schlüssel zur Küche. Ah, da ist ein Häkchen gemacht worden. Sehr gut. Ab in die Küche. Wimmel. Es wimmelt wieder. Es wimmelt. Komm. Ich versuche mich gar nicht davor zu verstecken. Ich muss es ja so oder so machen. Oh, wieder so viel Zeug. Zwei Hahne. Häne? Drei Gabeln. Vier Messer. Eine Heckenschere. Drei Bleistifte. Thermometer. Wäscheklammer. Lippenstift. Drei Tannenzapfen. Vier Löffel. Korken. Und zwei Tabletten. Na gut. Das waren schon mal die Gaben. Messer. Bleistift. Eine Feder. Heckenschere. Häne? Na, das war aber gut jetzt, war. Da habe ich gerade einen Lauf. Ne, Schlüssel brauche ich ja gar nicht. Okay. So. Korken. Zwei Tabletten. Einen Löffel. Zwei Bleistifte. Zwei Hähne. Ach so. Die meinen die. Zwei Hähne. Hähne. Wie auch immer. Hm. Das mache ich doch mit links. Ah, da ist eine Pille. Da ist auch noch eine Pille. Ja, die waren aber jetzt klein, ne? Korken. Ist das nicht ein Korken? Ne. Das. Ne, auch nicht. Ne, auch nicht. Das ist aber ein Korken. Hahn, Wäsche, Klammer. Die habe ich doch schon gesehen. Zwei Bleistifte und ein Löffel. Noch zwei Bleistifte. Und ein Löffel und ein Hahn. Was ist das denn? Da habe ich eben schon mal drauf geklickt. Da ist der andere Bleistift. Ein Löffel und ein Hahn. Ja. Und der letzte Löffel. Wo ist er rum? Wo ist der Löffel? Der uns zu unserem Glück verhilft. Das ist irgendwas anderes. So sieht es bei mir auch manchmal aus. Ein Tuch über dem Wasserhahn. Ah ne, der hängt gar nicht über dem Wasserhahn. Der Tuch. Das Tuch. Sondern, äh... Ist er unter der Vase. Fest. So, ich brauche nur noch einen Löffel. Wo ist denn der Löffel jetzt? Wo ist der Löffel? Hier sind wieder ganz viele Schlüssel. Die muss ich bestimmt später einsammeln. Wo ist der letzte Löffel? Kann hier aber nichts aufmachen diesmal, ne? Löffel? Ach, da oben. Alles klar. Eine Heckenschere. Na gut. Ein Maschinenteil. Es ist ein Teil von einigen Geräten. Höchstwahrscheinlich. Es könnte für mich hilfreich sein. Es könnte für mich hilfreich sein. Ich liebe dich, britisch. Gitterissen. Trockenes Feuerholz. Und hier ist der Ort, wo ich die Maschinen bauen kann. In der Küche. Okay. Du brauchst ein Handbuch und Maschinenteil. Na gut. So weit bin ich noch nicht. Du liebe Güte. Was sammle ich denn jetzt für einen Verschlussteil? Oh jo. Da muss ich aber wahrscheinlich gleich knobeln. Ach. Das weiß ich, wofür das ist. Das weiß ich. Endlich. So. Das muss ich jetzt nur noch richtig rumdrehen. Das dürfte ja machbar sein. Und dann haben wir das. Whatever it is. Ah. Wo ist denn hier oben und wo ist unten? Ich weiß es gerade nicht so ganz. Kann man das irgendwie erkennen? Ach guck mal. Da ist eine Hand. Da. Wo kommt die denn hin? Wo kommt denn hier noch eine Hand? Ah, hier. Nee. Ich dachte, weil das da drauf gehören könnte. Aber da habe ich mich geirrt. Wo kommt denn hier noch dieses Stück Hand hin? Ja. Ja. Und die sind nur noch hier unten. Open the door, please. Oh, Gewächshaus. Ich sehe wieder ein Wimmelbild. Es ist schön hier. Aber ich muss die Komponenten sammeln. Das ist echt ein Relaxter. Da kommt voll der böse Geist erscheint vor dem. Und er sagt, oh, ich muss mal gerade was trinken. Oh, da kommt der, ähm, der Bösewicht. Der Bösewicht erscheint. Ist da gefangen. Geister und der ganze Kram. Und er steht da in dem, in dem Gewächshaus. Oh, ist das schön hier. Ist das toll hier. Ich würde mich am liebsten ein bisschen hier hinsetzen. Und ein bisschen schwarzen Tee mit Milch trinken. Oh. Bald habe ich es geschafft. Bald habe ich es geschafft. Das muss ich mir immer wieder einreden. Blumen. Ich habe es schon gesehen. Ich muss irgendwie Blumen sammeln. Ich klicke jetzt einfach auf die Blumen drauf. So. Rosa Blumen, rote Blume, Büroklamme, Klammer. Fünf Figuren, eine Maske. Vier Schuhe. Zwei Schläuche. Maschinenteile. Ja, Maschinenteile kann auch alles sein wieder, ne? Apfel und zwei Brillen. Na gut. Ach, das war ein Schuh. Na gut. Hier soll ich eine Büroklammer finden. Wollen die mich verarschen? Ich sollte hier eine Büroklammer finden. Die haben doch den Ober, äh, Arsch auf. Naja. Ach, das war ein Maschinenteil. Da muss man doch mal drauf kommen. Also manche Sachen muss man einfach ausprobieren. Da ist nur eine Figur. Brille, Büroklammer, noch zwei Figuren. Äh, zwei Schläuche. Ach, hier sind sie doch. Ach, das ist nur einer. Hier oben? Ne. Schlauch kann man ja eigentlich gut sehen. Theoretisch. Theoretisch. So, was haben wir hier noch? Was hat denn die da oben im Kopf, die Arme? Schlauch. Büroklammer. Schuhhe. Wo soll ich denn hier eine Büroklammer finden? Das ist aber wirklich fies. Büroklammer. Schuhe. Schlauch. Ach, guck mal. Büroklammer. Schlauch und Schuhe. Einen Schuh muss ich noch irgendwo hier entdecken. Ach, du Schande. Das war aber auch jetzt eher Zufall. Und noch ein Schlauch. Schlauch, Schlauch, Schlauch. Wo ist noch ein Schlauch? Versteckt. Ich weiß nicht, wo ein Schlauch versteckt ist. Aber hab ich doch eben schon draufgeklickt. So, irgendeine Bedröße. Was ist das? Runencode. Ah ja, weiß ich, wofür ich den benutzen kann. Die Pflanze ist verwelkt. Die Pflanze ist auch verwelkt. Die Pflanze ist ebenfalls verwelkt. Die Pflanze ist verwelkt. Und wir wissen es. Da muss ich wahrscheinlich überall Wasser drauf tun oder so, ne? Lauter verwelkte Pflanzen. Die hatte ich schon. Dort hinter den Zweigen ist etwas. Klares Wasser. Naheliegend, oder? I Nicole. Spieß die Pflanze.